hallo hier ist der mannig von mannig ist das die live-analyse für nun dienstag den 23 juli 2024 und mal kurz gezeigt was hier von so retten ist hier wenn wir uns hier lustig machen über sein schwächliches ansitz und war vielleicht einfach tatsächlich eben auch verfallstags getrieben hat hier jetzt gut durchgeknallt ich habe jetzt hier deutlich immer wieder gegenwerk gekriegt wenn wir darüber gesprochen haben was wir am vortag besprochen haben weil sich dann einige doch auf dem schlips getreten gefühlt haben oder was auch immer das nicht so toll fanden deswegen wird es weglassen allerdings ist hier jetzt ja schon wichtig dass wir durch die 290 gerade durchgegangen sind da hat man ja gestern gesagt wenn der ich gesagt dass das geht nicht ich muss ich muss schon sagen was wir gestern gesagt haben sonst wie soll ich jetzt herleiten wie es weitergeht und deswegen erzähle ich noch jeden tag warum wieso was wir gestern gesagt haben um ihm herzuleiten ja genauso wie wir hier für den freitag aufgesagt haben wenn er nur 53 50 stich abstößt und er macht danach den gap los und die neuen tagestiefs und dass er dann wahrscheinlich so einen freitag macht wie man aus dem vergangenen jahr noch zur genüge klanken wo er dann so fast mutiert und dann am montag umkehrt und was hat er gemacht hat er es gleich losgemacht hat man auch nicht tief gemacht hat er hat den tagestief geschlossen und jetzt zum montag ausgekommen das sind immer diese wenn dann szenarien und ich kann das neugierden immer wieder halten dass es damit schwer tut oder der sich mit der analyse so beißt und da gibt es ja wirklich einige die doch jeden tag gefühlt immer wieder gucken und dann immer wieder sich daran reiben und sagen ah der martin hat wieder in beide richtungen gesaugt und jetzt fahrt das ist dafür dass der markt in beide richtungen gegangen ist das kann ich auch wo das ist denn das ist ja gar nicht gegenstände analyse und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern deswegen teilen wir das doch in diesen verschiedenen Szenarien. Wenn, dann, um einfach zu gucken, weil der Markt das einfach immer wieder macht, das ist doch das Schöne daran, das ist doch das, was wir für uns nutzen können. Und wenn ihr dann mal vorsetzt und ihr arbeitet euch darüber, das ist doch Zulzverschwendung, dann lasst es doch bleiben oder versucht es zu verstehen, weil es halt einfach auch helfen kann. Und das ist hier wieder schön gewesen. Und er läuft nicht immer schön, jetzt läuft er gerade schön. Dann finde ich es immer schade, dass ich dann drüber aufregend, wie die Analysen gemacht sind, anstatt sie doch dann zu versuchen, so zu nutzen, wie sie gemeint sind und wie sie aufgebaut sind. Und wenn ich irgendwas besser machen kann, bitte helft mir, sagt mir, wie ich das machen soll. Aber es kann nicht dahin gehen, dass ich sage, wir alle gibt es ja große Marktanalysten, die machen das, wenn morgen kommt, dann darf ich einen Punkt aufwärts, dann fällt der Markt 500 Punkte und ich klatsche in die Hände, weil ich sage, hier unten haben wir jetzt unsere Zehnerricht. Da hast du auch niemandem mitgeholfen, wenn dann alle nur in die Tonne kloppen. So hat jeder die Möglichkeit, früh reinzugucken, hey, klickert der hier weitere Tiefs rein, okay, dann beachte ich das, was der Martin gesagt hat, guckt mir die 1,30 an oder hey, der startet hier stark rein, der Martin hat gesagt, wenn er frontal angreift, geht er vielleicht sogar durch die 2,90 durch, geht eher in die 4,40 rein, dann probiere ich doch mein Glück dahin. Mhm, ist in meinen Augen einfacher, aber das müsst ihr für euch wissen und ich weiß, es nervt auch viele, dass ich immer wieder auf die Leute eingehe, aber ich will die halt auch gerne damit abholen, weil es tut mir schon weh. Also, wenn sich jemand wirklich die Zeit nimmt und die Videos anguckt, aber dann nicht weiß, worauf er achten muss, also das, dem muss man doch helfen, oder? Also, ja, zumindest denke ich das. Wir machen es kurz, ich mache jetzt hier einfach weiter. Mir ist bloß wichtig, um zu betonen, wir sind durch die 2,90 durch und wir sind in die 4,40 direkt mit offenem Gap reingelaufen. Ignoriert mal diesen Spike hier unten, das ist ein Chartfehler von der Exetra-Börse. Ja, das ist ein Fehler, die haben jetzt ihr, wir waren ja am Parkett gewesen zum Seminar und die haben ja jetzt das wieder abgestellt, ne, diese Eröffnung, die in einem Gsetrauer hier in 9 Uhr immer so komische Kerzen geworfen hat und haben jetzt ab 22. Juli 2024 die Umstellung wieder auf diese Eröffnung umgestellt. Der scheint überhaupt nicht gesagt zu haben oder sie haben Warta warten lassen oder wie rum, aber es hat ja ein Dachs hier in dem Sinn eigentlich keine Ahnung, was schief gelaufen ist. Auf jeden Fall ist was schief gelaufen. Wir haben ja ein ordentliches Spike drin, der wurde so nicht gehandelt. Wer da auch ein PO-Schein oder so ausgeknockt worden ist, geht da in Reklamationen, beanstandet das, das kriegt ihr wieder, ja. Also das ist kein realer Handel gewesen, das ist nur ein Anzeigefehler. So, jetzt haben wir das Aufwärtsgep da, wir sind durch die 2,90 durchgerannt, das ist wichtig und wir haben die 4,40 erreicht. Das heißt, wir haben hoch richtig Dampf auf dem Kessel drauf und haben bestimmt auch einige jetzt eben hier auf der Short-Seite überrascht. Und das ist jetzt für den Dienstag wichtig, weil wir gucken es uns auch einen Tagesschart an, der jetzt hier wirklich, wie gesagt, auch Dampf auf dem Kessel hat und schon alleine den Freitag deutlich ausgekontert hat. Hütet euch davor, das jetzt so als Bullish Enkel fängt zu werden. Das kann eine reine Kursdefinition so hergeben, wenn man sich nach Lehrbüchern orientiert. Aber die Überraschungskarte, die ist jetzt schon abgefahren, in der Regel verpufft so eine Bewegung dann relativ zügig hier im Folgetag. Das kann jetzt dazu führen, dass unser Dachs jetzt hier stänkert. Und warum wäre das sogar am wahrscheinlichsten? Weil er die ganze Zeit stänkert. Ja, weil ihm das gefällt, dass die Leute hier dort und da immer wieder in the range, auf der falschen Seite agieren, unten ihre Short-Suchung, oben ihre Longs in der Mitte immer wieder rausnehmen. Und deswegen läuft er hier hin und her. Und die nächste Stelle, wo er stänkern kann, ist jetzt über diesem Hoch, der 5,30, und vor diesem Gap, der wäre 5,80, weil jetzt alle auf diesen Gap-Kluss da oben warten. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir den zum Dienstag nicht zukriegen, aber über die 5,30 gucken. Das wäre nämlich frech. Und unser Dachs ist frech. Und das würde hier auch gut reinpassen, auch mit der grünen Tagskerze. Da sind jetzt einige dran getriggert. Dann haben wir jetzt gesehen, hey Mensch, die Kiste, die dreht jetzt um. Hier muss ich irgendwie Long reinkommen. Und in der Regel nutzt unser Dachs sowas richtig hässlich aus und macht da richtig widerliche Geschichten. Das Passendste, was er machen könnte, wäre jetzt hier hoch an die lila Linie. Mit der rechnet vielleicht nicht unbedingt jeder. Das ist jetzt die 18,550. Von dort wieder in die Umkehr sterbenden Schwan spielen. Und dann müsst ihr ja unter diese Tiefs hier drunter, um nach unten zu schlenkern. Das heißt, ihr müsst unter die 18,400 wieder drunter. Dann könnt ihr nach unten schlenkern. Dann würden schon andere wieder denken, oh, jetzt gibt der komplett um. Jetzt muss ich wieder Richtung 18,000 traden. Und dann könnt ihr sich dann da unten irgendwo, ich sag mal, zwischen 400 und 350 wieder aufdrehen und dann irgendwie auf dieses Tagesschlussniveau vom Montag am Dienstag zurückkommen und den Tag so abschließen. Das wäre für den Dachs ein sehr typisches Verhalten. Ja, sehen wir das? Können wir das nutzen? Können wir damit handeln? Hier ein bisschen auf Seitwärts spekulieren. Sollte der durchgehen und auch das Gap sauber zumachen, hat er zu viel Druck von Short-Seite drinnen und wird wahrscheinlich auch noch drüber hinaus schieben. Ja, also geht das Gap zu und der geht hier in die 5,80 rein, sind die nächsten Etappen dann bei 6,15 und eben hier oben noch dann die 6,70 bis 7,100, wo dann unsere Abwärtstrendlinie nochmal kommt. Ganz wichtiger Punkt, ja, hier 6,70 bis 7,100, das ist der nächste größere Knackpunkt, um den es dann geht und da wir dann im nächsten Kontakt wieder draufgehen, nachdem der Dachs hier einmal mittig aus der Winch rauskommt, hätte er sogar gute Karten da auch direkt frontal durchzurennen. Ja, das heißt, wenn unser Dachs hier gut drauf ist und weiter von Shorts gefüttert wird durch die Privatanleger, dann bekommt er genug Nährboden, um oben auch geradewegs rauszusteigen. Ja, das werden wir aber erkennen, wie er in den Gap reingeht. Das heißt, wie würde ich persönlich damit umgehen? Ich persönlich würde, wenn ich auf der Long-Seite bin, einfach in dem Bereich mal kurz die Füße rausnehmen, Teilgewinne nehmen, Positionen absichern oder wie auch immer kurz rausgehen. Ja, würde mir das angucken, dreht er jetzt hier ein bei 5,50 oder macht er da das Gap zu? Macht er das Gap zu, würde ich danach achten auf kleine Rückläufe, Trennfortsetzungsmuster 3, Geflacken und so weiter und so fort, um wieder Longs aufzubauen. Eben oben Richtung 6,70 und 7,100 rum. Sehe ich aber, der dreht hier um aus dem Bereich um 5,50 und kippt wirklich weg. Da würde ich eher probieren, nach unten raus noch ein paar Punkte zu greifen. Rein in die 4,70 und auch unter die 400 bestimmt. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das in der Folge so klappt und der dann vielleicht sogar hier den Tag beendet irgendwie. Ja, einmal oben drüber stänkern, unten drüber stänkern, dann in der Mitte raus. Darf auch ein bisschen höher rausgehen, ja. Lass den dann auf 5,20 abrechnen zum Dienstag, dann kann er zum Mittwoch nochmal mit Schmackes oben anspielen, vorher alle nach unten auskitzeln. Das wäre für den DAX ideal. Das wäre ein idealer Ablauf. Das muss so nicht kommen, wäre aber typisch für den DAX, deswegen habt es einfach ein bisschen einfach da. Wie gesagt, wenn er positiver ist oder kräftiger in das Cap reingeht, wie ich damit umgehen würde, habe ich ja gesagt, rechnet damit, dass er dann eben auch die 7,70 attackieren kann. Das kann er auch schon zum Dienstag, das ist ja nicht viel. dass, soweit die Positiven sind, nachher negativ wäre, wenn er frontal direkt vom Start weg jetzt unter eine 400 fällt, dann würde ich erwarten, dass wir einen Rücklauf kriegen, der auch 3,35 bis sogar 2,80, 2,90 nochmal zurückgehen kann. Ja, das 3,35, 2,90, das wären so die beiden um die Rücklaufmarken, von denen ich dann allerdings auch eine Gegenwehr nach oben erwarten würde, eine deutliche Gegenwehr nach oben erwarten würde. wenn unser DAX frontal nach unten attackiert zum Dienstag und jetzt hier erstmal wieder fällt. Ja, rechnen wahrscheinlich nicht viele mit, aber wie gesagt, das Typischste wäre jetzt hier oben rein, über dieses So-Off-Stop-Loss rausnehmen, dann aber nicht die Longs rauslassen, also nicht in den Gap-Clos, wo die Longs jetzt hinziehen. Das wäre jetzt hier auf die Situation in dem Stänkermodus, wie er ist für den DAX, eigentlich das Allertypischste. Okay, damit mache ich die Analyse zu. Wie gesagt, ja, ich lasse einfach weg. Wir machen die Analyse nicht wieder wie bisher, die meisten kommen damit gut zurecht und ich nehme mir mal die nächsten Wochen einfach die Zeit und mache so ein Erklärvideo noch dazu für die, die das nicht verstehen, dass wir da einfach denjenigen dann immer den Link zu dem Video schicken können, wo das erklärt wird und dann hören die Leute, die das kennen und wissen das nicht jedes Mal und verlieren hier nicht wertvolle Lebenszeit und müssen sich auch nicht darüber ärgern, dass ich mich mit den anderen immer wieder auseinandersetze. Okay, ich mache hier zu, wünsche euch Spaß, gutes Kling, bis morgen, tschüss. Tschüss.